Ja, so unberechenbar ist die Kunst von Helmut Buntjahr. Noch ein kleines Theater will ich Ihnen vorstellen. Vielleicht das kleinste Theater Münsters, das mir sehr, sehr, sehr persönlich am Herzen liegt. Denn die haben schon in den vergangenen Jahren ohne Corona immer sehr, sehr um ihren Erhalt kämpfen müssen. An dem wunderschönen Ort, an dem sie sind, der kleine Bühnenboden. Ein großartiges, kleines Theater. Musik Im kleinen Bühnenboden ist man immer ganz, ganz nah dran am Geschehen. Bitte mal eure Lichthupe für den kleinen Bühnenboden. Ganz genau. Kleinen Bühnenboden, ganz, ganz nah dran an der großen und der kleinen Kunst, die ins Detail geht. Ihr habt das gerade in dem Film vom kleinen Bühnenboden gesehen. Das gilt aber auch für die anderen. Denn diese vielen Theatermacher, die wir heute Abend vorstellen, die sind natürlich immer schon erfinderisch gewesen, ihren Fortbestand zu erhalten. Haben also auch individuelle Fördervereine und so weiter. Ihr könnt also heute hier was spenden, das ist großartig. Und wenn es einen gibt, der euch ganz besonders am Herzen liegt oder eine, dann könnt ihr euch mal schlau machen, wo gibt es da einen Förderverein und so weiter. Deshalb stellen wir die ja heute auch vor. Und wenn ihr sagt, wir wollen, dass ihr die Verteilung übernehmt, dann spendet einfach fleißig unter dem Spendenkonto. Das jetzt hoffentlich eingeblendet wird und ihr sonst aber unter WDR Münster finden könnt. Das jetzt hoffentlich nicht.